Fisch! Frischer Fisch! Fisch! Epifisch! Guten Tag. Ich bin sehr, sehr in Eile. Ich möchte einen Zander kaufen. Ich habe die Empfehlung von Dr. Platers, es soll ein Jubiläumszander werden. Zander? Muss ich aber angeln. Zander, Zander, so ein seltener Fisch. Zander, so ein schwer zu angelnder Fisch, ey. Sau selten. Teddy! Howard, Steinberg. Spazieren? Ja, ich muss arbeiten. Zander, da habe ich dich.